Musik Oh, wie schön sie ist! Am liebsten würde ich sie küssen. Eine Löwin, die ließ, ist eine Dame. Und einer Dame beschreibt man Briefe, bevor man sie küsst. Leider kann ich nicht schreiben. Hallo, Ocken. Schreib du mir eine Briefe, Löwen. Was hast du geschrieben? Liebste von Ihnen, wollen Sie nicht auf die Wolle klettern? Ich habe Bananen, total lecker, Hobsböde. Aber nein! Sollte, das hätte ich doch nie geschrieben. Immer noch, Sch, Sch. Liebes Mühlpferd, bitte schreib du mir eine Briefe. Ja, gerne. Liebste Freundin, wollen Sie mit mir im Fluss schwimmen und nach Algen tauchen? Total lecker! Großlöwe! Aber nein, sonst hätte ich doch nie geschrieben! Hallo Miss Kleber, schreibst du mir bitte eine Brief für die Löwin? Ok, ok! Hui, was stimmt denn hier? Der Brief, es ist Kleberpapfel dran. Ach, das würde ich gerne mal lesen. Liebste Freundin, wollen Sie mit mir auf der Erde kriechen? Ich habe auf Dünne, Urlecker, Großlöwe! Aber nein, so etwas hätte ich doch nie geschrieben! Ich kann dir eine neue Brief schreiben. Du kannst sie morgen bei mir abholen. Holst du das, Geier? Na! Na! Hallo Geier, schreibst du mir einen Brief für die Löwin? Alles klar! Liebste Freundin, ich bin der Löwin und ich bin der Boss hier. Ich möchte dich kennenlernen. Wir können über den Dschungel fliegen. Wir können über den Dschungel fliegen. Aber nein! Jetzt reicht es aber! Nein, nein und nochmals nein! So etwas hätte ich doch nie geschrieben! Ich will dir schreiben, wie schön sie ist. Ich will dir schreiben, wie gern ich sie sehen möchte. Einfach nur zusammen sein. Einfach in den Abendhimmel gucken. Einfach faul unter einem Baum liegen. Das kann doch nicht so schwer sein! Nein! Warum haben Sie denn selbst geschrieben? Wer will das wissen? Ich! Ich habe nicht geschrieben, weil ich nicht schreiben kann. Begegnünztân bin ich und ich gemacht kann. Musik 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 Musik